Oh, besser die Hoffnung. Doch die Belagerung von Minas Ithilberg hat mich das Gescheißgebläst verarscht. Der Valenti droht weiterhin in Feindeshand zu fallen. Wir sind hinter feindlichen Linien. Das ist die Gelegenheit Chaos in Saurons Ringen zu stiften. Der Meuchler hatte noch ein Ziel auf seine Liste. Wir sollen Heddu-Schalz-Kabel und den letzten Leibwächter des Heutlings töten. Wir sind nicht mehr. Ja, geht doch. Los, bleibt nur noch stehen. Ich will nicht. Ich bin jetzt aufladen. Aufladen. Aufladen und aufwärts. Guck mal von dem roten Ritiri ultimulauf. Ich fährt klar. Und zurück. Erstmal wieder Saurons auf. Eingeschlafen, Kandos, oder was? Hey, aber ich muss ja immer Push-and-Talk drücken, wenn ich sprechen will. Ich muss mal das Push-and-Talks ans Bank TS rausnehmen. Üburg ist erfolgreich hier. Und die beiden Writern sind hingekauft. So sprach, die Wehrung hätte auch gereicht Ja, dann erkennt er das nachher wieder so spät und dann komme ich wieder so abgehackt raus, weißt? Achso, ja So, dann gehen wir jetzt erstmal zur sauberen Sonne Dann übernehmen Oh ja Guck das nebenbei Nebenbei habe ich zwei Schirms an Das ist dann noch an Nee, habe ich noch an, wenn ich über das BDA Kann man immer noch GTA spielen, das ist immer voll ausgelöst Hopp nicht Das ist ja anders, das ist ja nicht selbe mit eigenen Surveys, das ist nicht Warplay Da wo du in deine Rolle bist So Dann tun wir mal, Alter Halt Was kann ich auch? Auf Dächern, auf Dächern rumspringen und so, wo er dann aufklettern sind wie gerade Oder was? Ja Das hat Assassin's Creed auch vor mir abgekult Wahrscheinlich Alter, hier ist aber viel zu Was ist das denn? Ich frage es für den Spruchtext oder was? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ja der 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 hier ist aber ganz schön viel zu entdecken bei dem augen dort ist ja nur 1341 bei der mp nicht gerade so als wenn es direkt in der nähe wäre alles durch Ich kam hier hin. Ah, dann sind da hinten andere Hügel gebracht. Ich weiß viel Spiel. Wahnsinn. Ah, hier wieder Spinne. Spinnendetails. Ich fahr hier mit dem Kamel, jetzt ist Halle. Ich glaube, wir haben alles hier. Es war aber ganz schön viel in der Ecke. Gut, wo fangen wir denn an am besten? Ah, cool. Jetzt kann ich nicht mehr Dings dran, ne? Warte erstmal. Ja. Ich glaube, ich muss erstmal zum Hügel. Ein Pfeil mehr kann ich dran, geil. Da hat sie ja voll gelohnt. Wenn hier noch so schön ist. Waren wir das nicht hell? Was wäre denn genau? Ah, ah. Was ist das? Wie? Was wäre denn genau? Was ist das? 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 Du weißt, die Seite ist zu den... ... rocken kann, ey. Nein. Gern Gott. ... Angriff. anscheinend arbeitet der grafhandler mit jemandem zusammen wenn ich gesammelt schwiegen einiges das wird lustig wenn ihr zu klären wenn wir das wieder lustig das kommt ja gar nicht, ist ja langweilig Ich muss anholen Ich hoffe, die Leute können hier dann rufen Meine Pfeile, mir gehen langsam die Pfeile aus Hör meine Klinge spüren Versuch! Scheiße, ich kann hier noch nie einkommen, sie sind zu stark, ey Ey, das ist das Klima Hier, mach mehr, ihr Waffe Ich finde, der Mörder ist schon über alle Berge So, das ist bestimmt das Leuchtfeuer, ne? Stellt euch vor, ihr würdet ein Menschen abwurfen Komm, Bogenschutz Kein Arsch Ich will nicht gehen Ich hab dich gewagt, viele Sachen Endlich, wir kommen mal Zeit Fällig Der schleichende Speed-Todion Ich finde die Ruhe Oh nein Die Schütze sind schon mal ausgeschaltet Die Schütze sind schon mal ausgeschaltet Leute Oh, mal gucken Partner Open that door, my friend Willst du hier oben Müsst ja bestimmt sein Mal gucken Der find's schön Des Rätselslösung Nicht hier oben Alles klar Auch wieder 6 Wörter Ja, dann mal los, ne? Wir wollen ja wieder eine epische Rüstung haben Ich weiß, wir waren ja schon länger Ich weiß, wir waren ja schon länger Ich weiß, wir waren ja schon länger Auf die Karte gucken Halt, ne? Wer vorne ist denn? Der find's geil Wird's läuft ab? Der find's nicht zu helfen Meile Ah, ne, hab ich schon Meu meine garne und mein Gesamk sonst Werden es nicht zu sagen Bis hier Vor allem gibt Spät Wörter für Tip-Vollendung Die Stadt spielt keine Rolle. In ihrem Inneren befindet sich magische Steil, wie das Omo. Nakra. Nakra. Doll, 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 doll. Der T-N-Ock hier vorne gar nicht hat mir Zeit gerade. Geil. Nicht. Scheiße. Millisekunde mich gesehen und schon bist du auch tot, ne? Okay. Das war mal zu langsam. Das war ein Freude. Das war mal jetzt hier, ey. Zack. Mach mir auch eine Fahrschein. Oh. Alter. Ich hab bestimmt nicht stehen, ey. Deine Pfohle. Ich hab sicher sowieso mit. Es ist nicht weiß. Speerwerfer, ey. Nicht so, als wenn die Schaden reinhauen. Nein. Nicht so, als wenn die kleine Löst, mein will, der Sterne. Hehehe. Vollerstickt. auch diesen weil die vater vom klärkampf los jetzt schon gesehen und schon tot aber sie ist nicht komm 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 hoch hier scheiße ich glaub der eine war ja sogar der boss hier komm 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 ja so ist scheiße das war ja der typ hier es war nicht die gächen muss schneller sein das ist das beste im leben ich liebe ja meucheln jetzt die schattenwelt das ist schon halt das erste wort wie er jetzt hier